Dunkle Grüße und Willkommens zurück zu Hello Neighbor! Und hier unten einfach tatsächlich nichts zu finden ist, sondern ich da oben rein muss. Ich meine nicht umsonst steht da hier bestimmt dieses... Die Tür ist irgendwie eklig, wenn sie auf ist. Warte mal kurz. So. Steht nicht umsonst alles hier. Es deutet ja schon darauf hin, dass man da hochkommen kann, soll, muss. Ich habe es bisher nie richtig probiert, weil es für mich nicht nach irgendwas aussah. Und... Doch, Tatsache, man kommt hier rauf. Meine Güte. Hm. Komm ich auch weiter, ist die Frage? Nein. Dann werde ich hier wahrscheinlich... Dinge stapeln müssen, aber nicht jetzt! Nicht jetzt! Hallo? Klick, klick. S-O-S. S-O-S. Bist gern. La 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 la. Ich habe ja... Auf der Rückseite des Hauses... Diverse Kartons. Die müssen halt ein Grundhamster hier sind. Habe ich ja immer schon gesagt. Immer. Ja. Ja, also... Ist mir jetzt tatsächlich aufgefallen, dass da Kartons sind und ich nicht stapeln kann. Oh. Oh. Ah. Boah, der kann aber springen. Äh. 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 Jetzt haben wir ein Zugriffsfenster mehr als vorher. Ich habe einen Karton von dir. Ist das jetzt schlimm oder was flugst du mich so an? Ja, verzieh dich mal. Ja, Stretching-Übung. Hat er aber auch nötig bei dem ganzen Sport, den er hier macht. Also der Typ ist wirklich verdammt sportlich unterwegs. Das muss man ihm mal einfach lassen. Äh. Äh. Geh mal bitte woanders hin. Ich trau mich jetzt nicht auf den Grundstück, wenn du da so bist. Verständlicherweise vielleicht. Uaaah! Ich steig fest! Oh, ich bin gleich nachgeschpuckt! Hallo, Nachbar! Ah. Aber er hat echt keine Hemmung, sein Haus zu demolieren, indem man durch die Fenster durchsprkkennt. Das muss ich mir auch anrechnen. Ehh. Anerkennen und... Geht jetzt echt durch... Ha ha ha. geht er echt durchs fenster wieder in die wohnung zu ich glaub es ja nicht ja kann man machen auf hier eben ging es doch noch hat ja schon mal erwähnt dass die steuerung in dem spiel relativ schwammig ist tatsächlich so nicht gerade mit der höchsten hallo präzision ist man hier unterwegs also jump and run elemente sind die schon schwierig oh nein ich war auch nicht mal so der wirft schon mit tomaten mit tomaten nach mir geh weg weg ich komme da nicht hochgesprungen das ging eben beim ersten mal sofort und jetzt bleibe ich ja ständig stecken vor allem wenn ich auf das egal rauf springe irgendwie automatisch pulsiert er mich nach rechts zumindest habe ich so das gefühl ich bin runter ja komm lass gut sein gehen wir bei den anderen nachbarn spielen das ist ja wirklich kein problem bestimmt ach ne unsichtbare wand guck einer an das zu man kann bestimmt die ganze straße lang gehen und so offenbar nicht da hinten ist die stadt sehe ich gerade ich könnte da hin und hilfe holen aber das vertrieben wohl nicht ermöglicht werden hier ich kann mal so klar perfekt sagt geht doch oder ist er gerade ups ich habe mein geschenk platziert lauf man lass mich rein lass mich rein oh oh ich komme hier sogar rein im nachbars nachbarhaus hoffentlich ist hier nicht so ein böser nachbar das heißt ich habe hier theoretisch zu viel mehr sachen zum zum er stapeln und sowas alles ja ist ja auch per sie nicht verkehrt kann ich mir eine waffe oder sowas besorgen interessanter kühlschrank aufstehen lassen schön gehen die umweltpesten alles öffnen ich habe ja nicht nur ein nachbar der interessant ist für mich ne ich habe ja auch andere nachbarn ist ja bekannt aber alles leer sind das für haushälter hier haushalte meine ich alles leer nicht den schubladen drin egal wo du hingehst aha interessant das ist schon eine sehr arme gegend auf jeden fall oder das sind bloß musterhäuser kann natürlich auch sein weiß man nicht so genau ach guck mal hier ist wahrscheinlich sogar mein haus wo ich gerade einziehe das wäre jetzt vielleicht so meine idee dazu deswegen ist das auch alles noch so musterhaft weil hier noch nichts gemacht wurde der family echt jetzt das sind die alles mie charaktere das sind alles mie charaktere das ist ja cool also ein bisschen geklaut und ich weiß nicht wenn nintendo das sieht gibt es vielleicht ärger aber finde ich irgendwie ganz lustig bin ich ja einer von denen ich weiß es nicht aber so viele wohnen hier also mein papa ist klar aber der rest sieht aus wie kinder nicht wie mama oder so auf jeden Fall müsste man hier sechs zimmer haben hier ist ein zimmer mit einem bett das hier ist wohl ein doppelbett auch wenn es sehr klein ist und ein schnurrbart als bild auch immer total super kann ich jedem empfehlen hier ist eine kleine stille ecke für die ungezogenen kinder also im prinzip wenn man sagt das bett drüben das ist ja ein bisschen größer als das hier da passen auch zwei rein haben wir hier schlafplatz für immerhin vier personen fehlen noch zwei und unten war nichts weiter hmm es sei denn wir müssen auf der couch schlafen alles nicht so glaubwürdig so ich oh das ist ja schon wieder draußen das gibt es doch gar nicht stretch dich woanders hast du das blöde Gefühl die eine Kiste dort wird mir nicht ausreichen im Rauch zu springen ich würde es durchaus mal ausprobieren oh Mann und geh doch woanders hin der hält sich ganz schön viel draußen auf jetzt hier in dieser Aufnahme heute ich dachte ich bin einigermaßen sicher wenn ich mich bloß draußen auffalte weil er eher drin so seine Runden dreht aua ich brauch noch eine Kiste mindestens ua ups Mann der ist aber auch beschäftigt mit mir hat er was gegen mich oder was ich brauch noch mindestens eine Kiste und ich seh schon ich muss bestimmt die Scheibe auch einwerfen fällt mir gerade noch so auf denn sonst wird das wohl auch nichts mit reinkommen schwierig ne lalalalalala so hüpf hüpf hab ich gesagt hüpf hab ich oh vielleicht Spiegel muss steht da weil ich einen Karton in der Hand habe das kann natürlich durchaus sein da gebe ich auch Sinn da sag ich gar nichts gegen ja schmeiß das Ding runter schmeißen wollte ich es aber gar nicht oh da ist er ha ha ah jetzt geht's hoppa ich bin auf jeden Fall oben drauf brauche ich noch was zum einschmeißen vielleicht kann ich ja die Taschen haben sondern ich weiß es nicht genau hm oder ich kann es vielleicht doch nicht einschmeißen aber da ist ein Hebel auf jeden Fall ist hier ein Fenster ups ich kann sogar anschalten wenn ich das Ding da liegen habe guck guck er schmeißt das wo aber ich denke mal so ein Taschenbereich reicht auch vielleicht nicht aus um so ein Fenster einzuschmeißen aber ich hab sowas schon gesehen hier draußen nehm uns das also mal hä 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 ich werde zum Meisterinbrecher hopp hopp hoffentlich bin ich dann hiermit noch beweglich genug um darauf zu kommen hopp ja oh hallo lieber Nachbar Deckung die werde ich niemals hier oben vermuten niemals die Frage ist kommt der auch einfach da oben reingelaufen ich meine er ist ja alles zugeschlossen aber er ist ja der Eigentümer er würde wohl Schlüssel haben dafür ah toll halt bleib hier gleich gedrückt halten auf jeden Fall ist hier jetzt was eingeworfen worden ist da unten ist da unten er ist unten haha ist sogar ein Schalter äh ah eine Geheimtüre oder auch nicht hätte ich jetzt gedacht auch angeschaltet hm also ich weiß nicht ach guck mal das ist da noch was ich weiß nicht wo dieser Geheimgang hinführt genau im Haus unten über irgendwas bewirkt der Schalter ja offensichtlich es hört dieses äh Geräusch aber der Pfeil zeigt dorthin geht trotzdem nichts oh bin ich schon so voll krass hier oben unterwegs und ich komme trotzdem nicht weiter ist aber nicht nett sieht so aus als wenn ich hier raufkäme ist da ein Schlüssel oder so ist kein Schlüssel ich will dich nicht zack haha oh ups ich wollte damit höher kommen tiefer aber es sieht doch nicht so aus als wenn da irgendwas drauf wäre hübsche Bilder übrigens lieber Nachbar beweisen Geschmack geht nicht an ich komme aber auch nicht aha diesmal war wirklich was der denn im Bild versteckt Mensch das klingt so als wenn er auf dieser Etage wäre was ich einfach nicht hoffe dann frisst er mich ja gleich wieder oh mal da ein Schlüssel aha 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 sehr sehr gut natürlich nicht ja noch ein Schlüssel bieb ha zumindest da komme ich jetzt schon mal rein geht nicht ist es aber ein Autoschlüssel kann das sein sieht mir so nach Autoschlüssel aus mit dem auch sei wir haben erstmal was erreicht das habe ich ja schon fast gar nicht mehr hoffen können ach jetzt geht da an siehste hm das sieht aber dennoch nicht auf das ist ja bestimmt um die Nachbarn abzulenken wird nichts anderes aber da komme ich nach wie vor nicht lang aber ich habe trotzdem irgend irgendwas da wird bewirkt vielleicht einfach hinter der Wand jetzt etwas aufgegangen irgendwo das ist gar nicht der Weg nach unten sondern ich komme eigentlich über diese Tür nach unten die ja von der anderen Seite noch zu ist wer weiß wer weiß aber ich habe zwei Schlüssel und ich hoffe mal ich zumindest einen davon benutzen kann also muss ich auf jeden Fall ich habe ja jetzt zwei einer mich hier benutzt und wenn der Autoschlüssel keiner ist werde ich ihn halt irgendwo anders nutzen können und wenn da einer ist kann ich ihn beim Auto benutzen um da was zu holen das ist ja auch nicht verkehrt nehme ich an das Schloss mitnehmen und wo abschließen das wäre natürlich auch toll kann ich das irgendwo ranhängen das wäre natürlich super geil nee das wird wohl nicht funktionieren auf jeden Fall ist es überhaupt dran das Ding fällt mir gerade so auf warte mal kurz wie war das hier abgeschlossen geht gar nicht auf jeden Fall laufen jetzt die zwei Dinger die vorher nicht gelaufen sind der war runter da hat es Klack gemacht der ist da oben drauf der bewirkt auch irgendwas wobei der wahrscheinlich nur naja der heißt wahrscheinlich nur dass es funktioniert dass man hier etwas machen kann wenn ich so mache ist alles wieder vorbei was muss ja noch irgendwie einen tieferen Sinn erfüllen als diesen Ventilator anstellen oder was gehe ich mal einfach von aus so liebe Leute was war es für diese Folge ihr wisst ja wenn ich Facecam Aufnahmen mache dann in der Regel immer so tatsächlich mit An- und Abmoderationen jede Folge ist lange her ich weiß der eine oder andere weiß es vielleicht nicht mehr oder kam erst vor einer Weile dazu auf den Kanal und weiß es deswegen sowieso nicht aber jetzt wisst ihr Bescheid und dann sehen wir uns bei der nächsten Folge morgen höchstwahrscheinlich bis dahin ciao bis dahin 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 Vielen Dank.